Ich habe schon wieder alles falsch gemacht. Ich weiß es ja. Okay. Lassen Sie mich nun eine Geschichte erzählen. Verzeihung, Frosch im Hals. Lassen Sie mich kurz eine Geschichte erzählen von einem jungen Mädchen, einer neunjährigen Tochter, von einem einflussreichen Mann, die nicht wirklich viel Gefallen daran findet, dass sie das macht, was ein Mädchen machen soll. Sie kämpft lieber, sie streitet viel mit ihrer Schwester und eines Tages bekommt sie ein Schwertgeschenk, das sie Nadel nennt und einen Schattenwolf, den Sie hier sehen. Genau. Und dieses Mädchen heißt Arya Stark. Sie kennen sie vielleicht aus den Büchern, das Lied von Eis und Feuer von George R.R. Martin, besser bekannt auch unter dem Titel Game of Thrones, also die HBO-Serie sozusagen. Ich möchte gerne anhand dieser Geschichte, dieses neunjährigen Mädchens von Arya sozusagen, gerne Ihnen ein paar Aspekte der österreichischen Rechtsordnung näher bringen. Und zu diesem Zweck möchte ich dem Lawbusters eigenen Drive und dem Humor, der unseren Vorträgen auch inne wohnt, treu bleiben. Bei der Arya bleiben, aber andererseits einfach davon ausgehen, dass sie nicht ein fiktiver Charakter ist, dass sie nicht aus Westeros kommt und dass es nicht in unserem Mittelalter spielt, sondern dass Arya Stark, also eine Österreicherin ist und dass sie alles, was sie tut, gerade vor kurzem gemacht hat sozusagen, also dass wir auch keine Probleme mit der Verjährung bekommen. Genau. Die drei Rechtsgebiete, die ich mit Ihnen kurz oder Aspekte, die ich mit Ihnen kurz besprechen möchte und mit Michael an meiner Seite, sind die Rechtsfähigkeit, die Geschäftsfähigkeit und dann auch noch die Delikts- bzw. die Straffähigkeit. Nun denn, Sir Max, dann erklären Sie mal, was ist die Rechtsfähigkeit, was ist die Geschäftsfähigkeit und vor allem ganz wichtig für mich als Strafverteidiger auch, was ist eigentlich die Straffähigkeit? Ja, sehr gerne. Mit dieser Frage habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Gut. Also, kurz gesagt ist die Rechtsfähigkeit oder auch die allgemeine Rechtsfähigkeit die, dass man selbst die Fähigkeit hat, Rechte und Pflichten zu tragen, also Träger von Rechten und Pflichten zu sein. Rechtsfähig ist in Österreich grundsätzlich jeder Mensch ab der Lebendgeburt, um es mal so kryptisch zu sagen. Genau. Das heißt, der Schattenwolf nicht. Der Schattenwolf nicht, weil er ja kein Mensch ist. Das tut mir jetzt leid. Es ist ein Stofftier. Aber gut. Die Geschäftsfähigkeit, da ist es ein bisschen komplizierter. Da wird nämlich auf das Alter abgestellt. Ab wann man sich selbst durch eigene Handlungen mit Rechten sozusagen zuschütten kann, beziehungsweise auch verpflichten kann. Also zum Beispiel eben Verträge abschließen oder sich etwas kaufen darf. Da geht es eben ums Alter und auch um den geistigen Zustand sozusagen. Und für dich, das Interessanteste, die Deliktsfähigkeit, die Straffähigkeit, da möchte ich zum ersten Mal jetzt in unserem rechtlichen Vortrag nicht nur mit Requisiten, sondern auch mit einem Paragrafen um mich werfen. Nämlich mit dem Paragraf 4 vom Verwaltungsstrafgesetz. Der sagt nämlich, dass nicht strafbar ist, wer zur Zeit der Tat das 14. Lebensjahr noch nicht zurückgelegt hat. Dazu möchte ich dann am Ende des Vortrags kommen. Jetzt möchte ich noch ganz kurz zur Rechtsfähigkeit etwas sagen. Das ist nämlich wirklich ziemlich einfach. Also sobald jemand lebend geboren ist, eine natürliche Person, im Gegensatz zu einer juristischen Person, also zum Beispiel einer Firma, kann er Träger von Rechten und Pflichten sein oder kann sie Trägerin von Rechten und Pflichten sein. Das Einzige, worauf man noch abstellen sollte, ist auch der geistige Zustand. Also nicht, dass man sich durchs Leben schleppt von einem Lucidum Momentum zum nächsten, also von einem Lichtblick im Geist. Ja, genau. Um es gleich wieder umzumünzen auf unsere Game of Thrones Parabel. Der Schattenwolf ist keine natürliche Person, daher nicht rechtsfähig. Das Schwert auch nicht. Und Arya ist aber, da sie, wie wir wissen, sehr lebendig geboren wurde und auch schon neun Jahre alt ist, wobei er nicht auf das Alter abgestellt werden muss. Auch rechtsfähig. Sie kann also zum Beispiel, sollte ihr Vater, keine Spoiler, jemals sterben, dann könnte sie das Erbe antreten. Genau. Schnitt. Schnitt. Kein Schnitt, wir machen weiter. Ich wollte es ausprobieren. Ja, gehen wir zur Rechtsfähigkeit. Von der Rechtsfähigkeit zur Geschäftsfähigkeit. Das ist ein bisschen länger. Darf ich dich bitten, vielleicht mir kurz dieses Requisit, ich möchte nämlich anhand dieses Schwerts, die Arya nennt es Nadel, ich nenne es das Schwert des Lebens und ich möchte gerne dieses Schwert in unterschiedliche Zeitabschnitte einteilen, die für uns in der österreichischen Rechtsordnung für die Geschäftsfähigkeit wichtig sind. Das ist also sozusagen das Schwert des Lebens, Excalibur, wie Sie auch immer dazu sagen möchten. Der erste Lebensabschnitt ist von der Geburt, also Jahre Null, wir schreiben das Jahre Null, bis zum, danke sehr, ein bisschen höher, dass die Kamera das auch sieht, Auge, genau, bis zum, sagen wir mal, die Balance ist das siebte Lebensjahr. Von Null bis Sieben ist ein Mensch völlig gänzlich geschäftsunfähig. Das heißt, man kann grundsätzlich sich nicht selbst durch eigene Aktionen oder Taten verpflichten oder Rechte erwerben. Abgesehen von einer Ausnahme, und das ist eine grundsätzliche juristische Sache, es gibt immer irgendwelche Ausnahmen, oder Michael, das ist doch... Natürlich, immer. Genau, es gibt, und auch von der Ausnahme gibt es wieder Ausnahmen, wo es nämlich keine Ausnahmen gibt, aber das führt uns jetzt zu weit. Also von Null bis Sieben völlig geschäftsunfähig, allerdings mit der Ausnahme, dass Taschengeldgeschäfte getätigt werden können, die dem Alter des jeweiligen Kindes entsprechen. Also zum Beispiel eine Wurstsemmel kaufen oder ein paar Süßigkeiten kaufen oder die Aria kauft sich einen Apfel am Markt. Ich möchte immer wieder zurückführen zu dieser Ausgangsgeschichte, genau. Da jetzt Aria in unserem Beispiel schon neun ist, also die Balance überschritten hat, ist dieser Abschnitt der Geschäftsfähigkeit für uns jetzt nicht mehr wirklich relevant und ich möchte eigentlich gleich weitergehen, zu dem Lebensabschnitt, der nach der Balance kommt, nämlich von Sieben bis Vierzehn. Hier sprechen wir von, sagen wir mal, das ist irgendwo hier, von den unmündigen Minderjährigen, für die im Prinzip genau dieselben Regeln gelten wie für die Kinder, also die völlig geschäftsunfähig sind. Sieben bis Vierzehn darf man also auch nicht wirklich Geschäfte abschließen und sich selbst mit Rechten, wie ich schon gesagt habe, zuschütten, beziehungsweise sich verpflichten. Allerdings gibt es auch hier wieder die Ausnahme der Taschengeldgeschäfte. Man kann also auch hier sich gewisse Sachen kaufen, wobei davon ausgegangen wird in der Rechtsordnung, dass eben ein Kind oder ein Jugendlicher, ein unmündiger Minderjähriger zwischen sieben und vierzehn schon ein bisschen mehr geistige Fähigkeiten hat und dadurch kann auch hier, können auch größere Sachen erworben werden, zum Beispiel Blu-Rays oder andere Sachen, die eben ein bisschen teurer sind. Also Taschengeldgeschäfte sind hier auch erlaubt. Interessant ist es hier nicht nur, weil Aria in unserem Beispiel genau in diese Zeitspanne fällt mit neun, sondern auch, weil es hier den Begriff gibt der schwebenden Unwirksamkeit. Das hört sich auch an wie ein Begriff aus Game of Thrones, könnte er auch sein, es ist auf jeden Fall aber auch ein Begriff aus der österreichischen Rechtsordnung. Denn es ist so, dass wenn jetzt zum Beispiel, ich mache es gleich konkret an einem Beispiel, dann geht es ein bisschen schneller, Aria zieht los und kauft sich eine Kutsche mit den dazu passenden Pferden. Wenn Ihnen diese Formulierung nicht gefällt, dann ersetzen Sie sie in Ihrem Kopf bitte einfach mit dem Wort Moped. Gut. Also die Aria zieht los und kauft sich eine Kutsche mit Pferden und das ist kein, also selbst würde ich jetzt mal sagen, für eine neunjährige Investoros wäre es auch kein typisches Taschengeldgeschäft mehr, weil es ja doch relativ teuer ist. Was ist jetzt das Problem? Oder wie könnten wir das lösen? Nun, die Eltern müssen in diesem Fall zustimmen, diesem Kauf zustimmen. Bis zu dieser Zustimmung, beziehungsweise eben der nicht erfolgten Zustimmung ist dieses Geschäft schwebend unwirksam und also noch nicht zur Gänze wirksam. Das heißt, Aria hat noch nicht die Kutsche erworben, ist noch nicht Eigentümerin geworden und auch nicht von den Pferden, beziehungsweise der Verkäufer oder die Verkäuferin darf auch das Geld noch nicht verlangen. Wenn jetzt die Eltern zustimmen, dann kann dieser Kauf von Staaten gehen, Aria wird Eigentümerin der Kutsche und der Pferde und muss auch den Kaufpreis für dieses Gespann bezahlen. Wenn die Eltern aber nicht zustimmen, dann ist es so, dass der Kauf entweder rückabgewickelt werden muss, beziehungsweise Sie müssen sich das so vorstellen, es wird so getan, als ob dieser Vertrag nie bestanden hätte. Das ist eine aufschiebende Bedingung sozusagen. Also in diesem Fall wird dann so getan, als hätte es diesen Vertrag nie gegeben. Aria muss den Kaufpreis nicht zahlen, hat sie die Kutsche schon bekommen und die Pferde muss sie zurückgeben, beziehungsweise wenn das nicht passiert ist, muss der Verkäufer natürlich auch diese nicht herausgeben. Genau, gibt es dazu noch etwas zu sagen? Ja, es gibt noch eine Sache, du kannst jetzt das Schwert einmal heruntergeben, danke. Jetzt gehen wir nämlich zu unserem Schattenwolf, den setze ich jetzt da neben mich. Da geht es jetzt um Geschenke, weil zwischen 7 und 14 solche unmündigen Minderjährigen, die wünschen sich ja immer alles Mögliche, also nicht nur den neuesten Film von Disney, sondern auch vielleicht ein Pony oder einen Hund oder eben einen Schattenwolf. Und jetzt ist die Frage, können diese unmündigen Minderjährigen einfach diese Geschenke annehmen? Und da ist es eben so, dass darauf abgestellt werden muss, ob mit dem Geschenk auch weitere Verpflichtungen, die über die reine Annahme hinausgehen, eingegangen werden. So ist es zum Beispiel so, wenn ich jetzt einen Hund bekomme, dann muss ich für den Hund sorgen. Ich muss mich um die Hygiene kümmern, ich muss mich darum kümmern, dass er spazieren geht und ich muss ihn natürlich auch füttern. Und das hat Folgekosten und denen müsste auch zugestimmt werden. Wenn jetzt Arya einen Schattenwolf bekommt, müssten die Eltern eigentlich zustimmen. Sie können das auch wieder auswechseln, Schattenwolf mit Pony. Und dann kann eben der großzügige Onkel oder die spendable Tante dem Kind, dem unmündigen Minderjährigen auch ein Pferd schenken, wenn die Eltern sagen, das ist okay. Ja, und dann kommen wir noch einmal ganz kurz zum Schwert des Lebens. Denn jetzt haben wir noch zwei Zeitspannen. Die eine ist von 14 bis 18. Da wird den Jugendlichen, die jetzt mündige Minderjährige heißen, schon etwas mehr zugetraut und sie werden beschränkt geschäftsfähig. Das heißt, sie können jetzt nicht nur Taschengeldgeschäfte, Altersübliche tätigen, sondern sie können darüber hinaus auch Alltagsgeschäfte beziehungsweise kleinere Arbeiten übernehmen. Sie können babysitten und dafür Geld bekommen. Sie können für die Nachbarin, die krank ist, einkaufen gehen etc. Soviel zu den mündigen Minderjährigen und darüber hinaus, sagen wir jetzt ab der Spitze, sozusagen ist man volljährig, über 18 ist man volljährig und damit auch voll, danke mich für deine Hilfe, voll geschäftsfähig und kann sich eben mit allen erlaubten Verträgen selbst verpflichten oder eben Rechte bekommen. Vielleicht noch ganz kurz, eine kleine, wieder eine Ausnahme von der Regel, Lehrlingsverträge müssen nach einem besonderen Gesetz, nämlich nach einer besonderen gesetzlichen Bestimmung immer von den Erziehungsberechtigten unterschrieben werden, weil wir hier keinen klassischen Arbeitsvertrag haben, sondern vielmehr einen Ausbildungsvertrag. Wann also unsere Aria Stark jetzt beschließt, sie wird knappe, dann müsste da ihr Vater und ihre Mutter entsprechend zustimmen. Genau, darauf möchte ich auch dann nachher noch zurückkommen mit einer gewissen speziellen Ausbildung von Aria Stark. Genau, ich hätte es eigentlich vorher schon ein bisschen deutlicher sagen müssen, ich versuche Spoiler zu vermeiden, wir versuchen Spoiler zu vermeiden, aber manchmal müssen wir einfach ein bisschen mehr in die Tiefe gehen. Ich habe noch einen kurzen Exkurs vielleicht, weil das immer wieder gefragt wird, das ist so der Klassiker, stellen Sie sich vor, Baustelle, Schild, Graben und auf dem Schild steht Eltern haften für ihre Kinder. Stimmt das? Stimmt das? Stimmt das? Stimmt das? Nein, das kommt darauf an. Ganz genau. Das ist die klassische juristische Antwort, das kommt darauf an. Also grundsätzlich ist es so, dass Eltern zwar für ihre Kinder haften, aber auch hier ist es wieder so, dass eben auf das Alter des Kindes abgestellt wird. Bis zum 14. Lebensjahr haften die Eltern grundsätzlich für ihr Kind. Darüber hinaus muss man aber schauen, ob sie die Aufsichtspflicht verletzt haben. Dasselbe gilt übrigens auch nicht nur für die Eltern, sondern für die Aufsichtspflichtigen oder die Erziehungsberechtigten sozusagen, genau. Also das nächste Mal, wenn Sie bei einer Baustelle vorbeigehen und sehen Eltern haften für ihre Kinder, dann können Sie schon diesen klassischen juristischen, kommt darauf an, loslassen. Hier gibt es übrigens relativ aktuell ein höchstgerichtliches Urteil, ich glaube aus Deutschland, wo es darum geht, wann einem Kind der eigene Toilettgang zuzumuten ist, weil ein Kind da beim nächtlichen Toilettgang offenbar das Bad bei einem Bekannten überschwemmt hat, wo die Familie zu Gast war und da es eben darum ging, ob die Versicherung aussteigt oder nicht, wo quasi die Frage ist, ob wann kann ein Kind alleine grundsätzlich auf die Toilette gehen und wann muss es beaufsichtigt werden. Da hat sich das Oberstellergericht auch profunde Gedanken dazu gemacht, aber wie gesagt, das nur nebenbei. Das können Sie ja dann googeln. Ganz genau. Ich stelle mir das sehr lustig vor, die Ausführungen. Na gut, so viel zur Geschäftsfähigkeit. Sie können sich merken, es gibt Altersabstufungen 0 bis 7, 7 bis 14, 14 bis 18 und 18 bis zur schweren Demenz. Und dann möchte ich noch ganz kurz zuletzt auf die Deliktsfähigkeit eingehen, anhand eines, ruhig, weiterführenden Beispiels, jetzt hast du mich kurz verwirrt, mit der Arya, die ist ja dann, da wird ja dann ihr Vater gefangen genommen und sie soll auch gefangen genommen werden. Moment, ganz kurz. Keine Spoiler. 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 Aber das ist nur ein ganz kleiner Spoiler. Sie kann dann fliehen, aber ein Junge erwischt sie beim Fliehen und möchte sie dann bei der Königin verraten. Und der bekommt dann einen Nadelstich und stirbt daran. Genau. Jetzt ist eben die Frage, da ist ja auch noch neu in Arya, kann Arya jetzt wegen Mordes oder wegen Totschlags oder wie auch immer dann, welcher Tatbestand das er auch dann sein will, belangt werden oder nicht? Und ich habe es schon eingangs erwähnt, strafrechtlich ist es so, dass wir hier das 14. Lebensjahr sozusagen zurückgelegt haben müssen, um tatsächlich angezeigt oder auch strafrechtlich belangt werden zu können. Wenn Arya 9 ist, dann hat sich hier zwar rein strafrechtlich in diesem Sinne § 75 Mord, StGB, noch kein Problem, aber natürlich können schon erziehungsrechtliche Maßnahmen gesetzt werden, also die Unterbringung in einem Wohnheim, an einem Betreuten, also nicht in jedem Wohnheim, sondern an einem Betreuten. Ansonsten ist es so, dass wenn sie dann später, nein, das sind zu viele Spoiler, aber gut, da wären wir jetzt wieder bei der Ausbildung, die wir zuerst angesprochen haben, sie lässt sich ja dann zu einem gewissen Beruf ausbilden. Wenn sie dann älter ist und einem angenommenen Rachefeldzug anheim fällt, dann wäre sie ab dem 14. Lebensjahr sozusagen voll straffähig und könnte dann auch belangt werden. Allerdings gibt es da auch wieder sehr viele Abstufungen, eben wie alt der Jugendliche dann ist oder die Jugendliche, da kann man dann auch bis zur Hälfte des Strafrahmens heruntergehen und solche Dinge genau. Möchtest du als voller Experte des Strafrechts noch etwas dazu sagen? Ja, das Hauptproblem bei dieser ganzen Angelegenheit ist eigentlich sowieso das Schwert, weil man sich immer fragen muss, warum bekommt ein neunjähriges Kind ein Schwert, sogar von seinem eigenen Vater, also wird wahrscheinlich der Vater in gewisser Art und Weise dafür zu haften haben. Der, Spoiler, ob er dann tot ist, vielleicht geht das Ganze dann auf die Mutter, nein, ja, ich weiß, es tut mir leid und den Osterhasen gibt es übrigens auch nicht. Ich muss jetzt stark sein und ich wollte nur noch eins dazu sagen, das Schwert bekommt sie von Jon Snow und nicht von ihrem Vater. Ich weiß eindeutig gar nichts. Du weißt gar nichts, Michael Lanzinger. Ja, ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit, das war Rechtsfähigkeit, Geschäftsfähigkeit und Straffähigkeit und Spoiler aus Game of Thrones, hauptsächlich zu Arias Handlungsstrang. Danke für deine Unterstützung, danke, dass du das Schwert gehalten hast und keine Lanze für mich gebrochen hast. Dankeschön. Danke. 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 Danke.